hallo meine lieben ich wollte mal kurz ein kleines video drehen ich bin dabei also es wird heute noch ein let's play geben ich hoffe das klappt und hier hat es heute morgen geregnet morgen habe ich ein gespräch davor habe ich sehr viel wammel aber genaueres möchte ich dazu noch nicht sagen ebenfalls naja wenn ihr das kennt wenn ihr ein gespräch oder so haben tut dass es euch da vorher nicht so gut geht dann schreibt es mir in die kommis rein und ja ich bin natürlich nervös ohne ende ich bin da nämlich so ein kandidat für bin da sehr anfällig für naja was sein muss muss sein bin mal gespannt was morgen daraus kommen wird bis dahin ihr lieben tschüss